hallo 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 leute euer christian ist wieder da wie geht es euch heute folgendes ich habe wieder neue aufnahmen ganz tolle bilder habe ich vor kurzem geschossen und wird wieder mal zeit für ein richtiges flugobjekt ein ufo und das ist eigentlich mein hauptthema und da will ich glas geben zwischendurch schon andere themen ansprechen und wenn ich kein thema habe ich mir ein thema rein und ja starte ich das auch durch aber mein hauptthema ist fliegende objekte ufers außerirdisches leben da gehe ich richtig auf und ja habe ich wieder ganz frische bilder geschossen und das werde ich euch mal jetzt zeigen möchte das veröffentlichen und schaut mal genau hin das werde ich gleich vergrößern das ganze war in tal bei graz umgebung tal bei graz kommt ja genau da kommt der arnold schwarzenegger her und zufälligerweise auch meine schwiegereltern und wir sind öfters oben natürlich und ihr kennt mich auch so wie ich bin und ich beobachte immer den luftraum nebenbei und ich halte immer aussicht und schaut euch mal das ding hier an und das beste davon ist ja es sind nicht eines sondern zwei es flogen zwei dinger zwei fliegende objekte so runde objekte schaut auf den ersten blick aus aber eigentlich ist es halb halb mundförmig werdet ihr später noch mal sehen es kann schon mal kein flugzeug sein keine tragflächen keine keine form wie ein flieger auch nicht wie ein propeller ist ein kleiner großes flugzeug so so nicht wird man sofort erkennen habe ich schon ziemlich viele flugzeuge gefilmt oder fotografiert und hier seht hier mal im wald rechts da geht ein spaziergang durch rechts hinten über den hügel ist ein schloss da so und vergisst nicht zu liken und zu abonnieren das freut mich am meisten dann und ja und schickt die links weiter von meine videos und bekannte du kannst dir auch veröffentlichen ist mir egal und hier sieht man das carport garage vom schwiegervater der stand aber auch draußen und natürlich hat er nichts gesehen hin und her ja bloßem auge sie waren auch nicht lange im bild und sind verschwunden da kamen von rechts nach links und in der wald und verschwunden aber das ist ein tolles bild jetzt schaut mal genau hier ist das erste objekt kamen von rechts sind nach links verschwunden hier ist das erste objekt und das zweite ist der links unten also hinten weiter eigentlich und das ist weiter näher dran zu mir und schaut euch mal das an das schaut richtig nice aus kann kein flugzeug sein eine drohne schließe ich auch auch aus oder zwei drohnen schau jetzt mal die form an hier so wie ein halbmond hier dann da oben rund und dann geht es wieder rein dann geht so wurde rein und dann wieder rund so wie eine eine banane oder halbmond so es sind nicht richtig rund es ist kein kreis sieht man hier ihr müsst auf die struktur schauen aufs weiße wo richtig schön weiß ist diese struktur müsst ihr schauen dann werdet ihr das ganze noch beim zweiten video sehen natürlich habe ich die bilder perfekt bearbeitet und super hinbekommen mit dem mit der s kurve mit die gamma werte und die bilder davon sind ein wenig gruselig unheimlich schon würde ich sagen aber da will ich euch dass er beim zweiten teil zeigen im zweiten video dann wird es ein wenig spannender dann für euch aber auf jeden fall sind das zwei flug objekte hintereinander knapp sind nicht weit entfernt schauen wir weiter aber mein handy aufgenommen auch zu sagen mein handy mein jetzigen handy habe ich das fotografiert da hatte ich meine kamera noch nicht das hätte ich perfekt auf dem schirm gehabt perfekt schön mit der kamera wäre das echt wichtig gewesen wenn ich scharf hätte ich das geschossen wenn ich mich jetzt noch in den hinter preisen dass ich noch keine kamera hatte damals so schauen wir mal weiter hier ist das erste objekt schon weg geflogen sie schon dahinten verschwunden worden und das zweite flog da hinter die polme vorbei und kam hier raus eindeutig kein flugzeug schaut mal tausendprozentig kein flugzeug meine leute da draußen gebt euch das bitte die struktur schöner kontrast kann kein flugzeug sein wenn es ein flugzeug ist dann springe ich runter vom eifelturm und eine drohne schließe ich auch aus zwei drohnen hintereinander und die fliegen ganz anders und das werdet ihr noch beim zweiten video sehen toll aufnahmen sind mir da gelungen sehr schöne aufnahmen schon verschwommen und so aber man sieht eindeutig die struktur die form das ist kein flugzeug sein kann das ist mal wichtig ein flugzeug auszuschließen wenn ihr selber handy mit habs oder kamera und ihr euch nicht sicher seid bitte fotografieren rahmsummen selber auswerten und können sie mir dann selber schauen ob ein flugzeug auszuschließen oder nicht ich habe schon auf und zurück geschaut auch richtig flugzeug beobachtet und was auch kein content streifen hat und was man nicht hört aber trotzdem die tragfläche schlussendlich sieht und man hätte auf jeden fall auf irgendeinem foto jetzt von dem objekt die tragflächen gesehen weil das objekt bewegt sich ja immer weiter und irgendein winkel hätte ich die tragflächen beobachtet das ist schon mal so fix so gut wie das armen im gebet das ist kein flugzeug ist oder war beide dinge nicht beide objekte so die ersten fotos gefallen mir am besten und natürlich habe ich es sehr schön gearbeitet und da ist schon was das zeige ich euch beim nächsten mal so was sagt ihr davon oder dazu davon heute bin ich schon ein bisschen durch zu viele videos gibt gemacht aber das haben wir sehr tolle fotos von talpa graz aber nichts gehört in den arreten keiner beobachtet weil die leute schauen zu wenig nach oben und den luftraum in den himmel keiner beobachtet und unser und unser luftraum wird also nicht richtig überwacht sozusagen leider gottes und das ist ganz schön das ist das stärkste fast sehr schön zu sehen tolles foto ist mir perfekt gelungen bin ich selber ganz stolz drauf und ja schauen wir was daraus kommt so wie lange haben wir zehn minuten und 30 sekunden meine leute jetzt werde ich das video beenden und vergisst ja nicht bleibt gesund und ja nebenbei vielleicht nur zu liken bitte abonnieren dann versuchen sie auch nichts ich habe immer aktuelle fotos videos ich mache meine aufnahmen selber ist kein fake oder schaue irgendwas ab von jemanden meine aufnahmen von die fliegenden objekte mache ich alle selber und sind wirklich und schreibt mal eure meinung dazu und ja und bald kommt das nächste video mit die gleichen bilder oder mit die gleichen objekte aber bearbeitet und das ist sehr spannend bisschen gruselig auch unheimlich ziemlich teilweise was ich da ja was wir da sehen dann kommen wir schon langsam beobachtet vor weil ich nur die sachen fotografiere komisch weiß ich nicht was da los ist habe ich dann stalker oder so oder stocken die mich weiß ich nicht was da los ist ja auf jeden fall wünsche ich euch was und bleibt gerade bleibt gesund und ja schickt sie links weit an freunde oder an die öffentlichkeit mir egal was die leute sagen nur es gibt was da draußen was wir nicht erklären können zurzeit noch aber es wird schon noch werden wir werden es noch herausfinden vielleicht mit meiner hilfe wer weiß das schon ja das war's für heute heute gehe ich weg vom laptop tue ich nichts mehr jetzt werde ich mal ins pool springen und ich gönne euch auch ein schönes wochenende und ein langes leben und vergesst nicht beim nächsten mal wieder dran zu sein und ja wünsche mir was tschüss 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 Vielen Dank.